Das ist Ralf Rüdiger und das seine Mutter Hermine. Beide streiten sich oft um ihren Lieblingssessel. Zum Glück hat Ralf Rüdiger Gisela kennengelernt. Giselas Hobby ist Stricken. Doch auf Dauer ist das keine Lösung. Deshalb fahren die beiden in die Ferne. Dort verliebt sich Gisela an einen Jungunternehmer. Ralf Rüdiger kehrt als gebrochener Mann zurück und nennt sich nur noch Horst. Er flüchtet in diverse Süchte. Dann hat Hermine die rettende Idee. Ein neuer Sessel muss her. Dann wird Horst neuen Lebensmut schöpfen. Die beiden besuchen die Home Company. Sie finden einen neuen Sessel und Horst blüht wieder auf. Auch wenn Hermines neuer Freund ständig den Sessel besetzt. Das ist doch nicht normal. Genau wie die Home Company. Top Service, Top Qualität, Top Auswahl. Home Company. Möbel dein Leben auf.